Klasse Zuspiel! Und jetzt die Chance! Uh, nicht das Tor! Und wenn der reingeht, dann haben sie das Ding erstmal im Griff, aber so... Da hat doch einiges gegeben. Ja, richtig gefährlich war das Licht, da hätten wir mehr drauf machen können. Mach den! Der Schuss war nicht gut, kein Problem. Boah, das ist knapp, ein riesen Kopfball. Was für eine Szene, es fehlt nur das Quäntchen Glück. Da ist die Reingabe. Jetzt haben sie die Führung. Ist das stark, damit haben die wenigsten gerechnet. Viel vorwärts rein jetzt. Jetzt vielleicht. Und Tor! Neben, macht er! Aber es war auch ein bisschen Glück dabei. Der Ball berührt noch den Forsten, aber geht dann rein. Und für einen Augenblick sah es wirklich so aus, als würde er wieder raussprechen. Schöne Aktion. Britos. Troy Dini. Er schießt! Und der Ball geht nicht rein. Ach, aber was für eine Szene und was für eine Chance. Da sind sie gerade noch zur Stelle.